Zahnkronen sind eine beliebte und effektive Lassung, um beschadigte oder Werfer-RBT-Z-Ani zu reparieren. Sie sind eine dauerhafte Lassung, die das Erscheinungsbild Ihrer Z-Ani verbessern und Ihnen ein strahlendes Latschellen verleihen kann. Doch wie kann Ihnen Sie sicherstellen, dass Ihre Zahnkronen so lange wie maglig halten und gut aussehen? In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihre Zahnkronen pflegen und welche Mainamen Sie ergreifen kann Ihnen, um Ihre Haltbarkeit zu berlernähern. 1. Regelma-eige Zahnhygiene ist entscheidend Eine gute Zahnhygiene ist der Schla 1 Viertel SSL zur Pflege von Zahnkronen. Putzen Sie Ihre Zahnkronen zweimal taglich GA 1 Viertel endlich mit einer weichen Zahnbar 1 Viertel RSTE und fluoridhaltiger Zahnpasta. Verwenden Sie Auerjärdem Zahnseide, um Speisereste und Plagg zwischen den Zahnkronen zu entfernen. Achten Sie besonders darauf, dass Sie die Stellen um Ihre Zahnkronen herum GA 1 Viertel endlich reinigen, um Caries und Zahnfleischentzer 1 Viertel Endungen zu vermeiden. 2. Verwenden Sie eine spezielle Zahnbar 1 Viertel RSTE FA 1 Viertel R Zahnkronen. Wenn Sie Zahnkronen haben, empfiehlt es sich, eine spezielle Zahnbar 1 Viertel RSTE FA 1 Viertel R Kronen zu verwenden. Diese Zahnbar 1 Viertel Sten haben speziell geformte Borsten, die dabei helfen, die Kronen schonend und effektiv zu reinigen, ohne sie zu beschadigen. Fragen Sie Ihren Zahnarzt nach Empfehlungen FA 1 Viertel R die richtige Zahnbar 1 Viertel RSTE FA 1 Viertel R Ihre Zahnkronen. 3. Vermeiden Sie harte oder klebrige Lebensmittel. Zahnkronen sind zwar robust, aber dennoch empfindlich gegen eine 1 Viertel BER harten oder klebrigen Lebensmitteln. Vermeiden Sie daher das Kauen auf harten Gegenstadien wie Eis oder harten Bonbons, da dies die Kronen beschadigen kann Tee. Ebenso sollten klebrige Lebensmittel vermieden werden, da Sie sich an den Kronen festsetzen und zu Caries FA 1 Viertel Rennkanen. 4. Scha 1 Viertel ziehen Sie Ihre Zahnarzt nie vor Schaden. Wenn Sie Sport treiben, tragen Sie am besten einen Mundschutz, um Ihre Zahnkronen und Zahnkronen vor Verletzungen zu Scha 1 Viertel ziehen. Ebenso sollten Sie das Zahnkronen vermeiden oder gegebenenfalls eine Schiene tragen, um Ihre Zahnkronen vor Schaden zu Scha 1 Viertel ziehen. Bei Bedarf kann Ihnen auch spezielle Schutzzahnpasten oder Lacke helfen, Ihre Zahnkronen zu Scha 1 Viertel ziehen. 5. Regelmarige Besuche beim Zahnarzt. Regelmarige Besuche beim Zahnarzt sind wichtig, um Ihre Zahnkronen zu A 1 Viertel bewachen und gegebenenfalls Probleme fra 1 Viertel zeitig zu erkennen und zu behandeln. Ihr Zahnarzt kann auch professionelle Reinigungen durch ver1 Viertel rennen, um sicherzustellen, dass Ihre Zahnkronen makellos bleiben. Vereinbaren Sie am besten alle 6 Monate einen Termin zur Kontrolle Ihrer Zahnkronen. Zusammenfassend La SST sich sagen, dass die Pflege Ihrer Zahnkronen entscheidend FA 1 Viertel eher Ihre Haltbarkeit und A 1 Viertel tätig ist. Mit einer guten Zahnhygiene, der Verwendung spezieller Zahnbar 1 Viertlers, denn dem Vermeiden von harten oder klebrigen Lebensmitteln, dem Schutz Ihrer Zahnarzt vor Schaden und Regelmarigen Besuchen beim Zahnarzt kann Ihnen Sie sicherstellen, dass Ihre Zahnkronen lange halten und Ihr Latschellen strahlend bleibt. Folgen Sie diesen Tipps und genialien Sie Ihre Zahnkronen ein Leben lang. Folgen Sie die Zahnkronen